so dann spielen wir mal planet side 2 und rein pushen mit voll boost ohne rücksicherverluste geht schon jaja mir egal weg ich komme so ziemlich aufgeräumt geht weiter vor die hokon da hinten am mann eh so spaß aber jetzt passen sie auf durch mein problem ja da mal na genau ja warte mal ich weiß nicht wie lang liegen kann aber noch mal nicht lang sanitäter sind ok ok ja 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 ich ich bin schon unten nein nicht engineers ja 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 ich bin schon da bin schon da ja aber du solltest drinnen bis ich auch bewachen ja 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 blöd die sanitäter sind alle drinnen oder komm schon sani ja genau genau ja ja hei du hh ja ist logisch ah jetzt kommt er zurück nurør bush hartvoll erdeckung tuk Ja, ja, ich bin schon da, ich bin schon da, ich bin schon da, ich bin schon da. So, irgendwo eine Deckung einstellen, egal wo es funktioniert halt. So, vielleicht kann man damit schießen, auf keinen Fall. So, da drüben, ach so, da ist draußen. Ah, da ist draußen. Bin dabei. Warte mal, ich schalte mal das aus. Weil was rot ist, schießt man. Und beim nächsten Mal probieren, ob sie kaputt sind. Cool shot, go, go, go. Okay. Äh, ich brauche doch jetzt nicht mehr. Äh, nur lebst du, also nicht mehr lieber. Oh, wo war er? Oder oben war er? Nein, der andere. Nee, der ist doch heute, der hier, den schon mal mehr pushen. Oh, 2 ohioioioi. Können wir ganz kurz spucken. Na gocher denn. Ich sieht nichts aber einfach präpariert. Äh, Alhuhu. Schön! Oh, ohne Hatt! Keine Ahnung wo die Feinde sind. Das ist ein bisschen ein Problem. Cool wäre es, wenn man alles bis aus vielleicht diese Planigkeiten ausschalten könnte. Das war cool! Explodiert den noch? Und schauen! Steh auf, wenn er am Boden will! Steh auf! Ach, wenn du unten wenn die Zippe fahren! Ich schätze mal die drei noch ein... Entschuldigung! Ohne Hatt ist heute ein Problem. Achso, das war eh unsere. Oh, schon wieder unsere! Ohne Hatt geht das wirklich nicht! Okay! Ich hätte eigentlich Ponsor Minen, aber... Ich glaube das wäre jetzt... Unpacklich! Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal! Servus! Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!